Während sich der Konflikt rund um Russland weiter zuspitzt und dadurch natürlich auch die Märkte weiterhin unter Druck stehen, scheitert Bitcoin sogar vielleicht in seiner wichtigsten Rolle aktuell, das meinen vor allem Bitcoin-Kritiker, wir werden mal genauer drauf schauen, was da die Argumentation ist, es geht vor allem um den Vergleich mit Gold, Bitcoin als digitales Gold, da habe ich euch mal interessante Charts mitgebracht, um den Zusammenhang mal genauer darzustellen. Und wir sprechen ja auch oft immer über das Leverage im Bitcoin-Markt, im Kryptomarkt, wie viel Leverage im Markt drin ist, wie viele gehebelte Positionen gerade offen sind und genau das kann man auch auf den traditionellen Märkten machen, da habe ich euch mal den aktuellen Stand mal mitgebracht. Durch diese Daten könnte man auch meinen, dass wir noch zusätzlich einer Gefahr zulaufen, dass die Aktienmärkte dadurch auch nochmal weiter unter Druck geraten könnten. Wir werden natürlich wieder auch auf den Chart blicken, der S&P 500 ist gestern natürlich auch abgestürzt, damit auch Bitcoin, wir werden uns angucken, wo die Reise als nächstes hingehen könnte. Und ich habe auch noch zwei kleine News, einmal zu Cardano, da gibt es wieder einen neuen Rekord, was die Aktivität auf der Blockchain angeht und im Ripple-Fall gegen die SEC gibt es auch Neuigkeiten, da bringe ich euch auch nochmal auf den neuesten Stand. Es wird also spannend, falls ihr dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr und abonnier auch gerne den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Blicken wir zunächst einmal auf den Markt, natürlich sind auch die Altcoins weiter unter Druck, Ethereum hat hier beispielsweise über 4% verloren, 2600 US-Dollar aktuell, Bitcoin hat knapp 3% verloren, 37.600 US-Dollar und natürlich bei den anderen Altcoins auch alle im negativen Bereich. Bitcoin hat jetzt die Bitcoin-Dominanz hier mit 42% wieder überschritten, das heißt die Altcoins haben hier noch mehr verloren als Bitcoin, die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 1,7 Billionen US-Dollar und wie gerade schon erwähnt, werden wir uns natürlich bei Bitcoin vor allem auf den Chart am Ende des Videos wieder fokussieren. Kommen wir dann zu den neuen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt, gestern hat Wladimir Putin eine Rede gehalten, ich möchte euch da mal auf den neuesten Stand bringen, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, was da aktuell los ist, da gibt es ja genügend andere Quellen auch und die wahrscheinlich auch viel qualifizierter sind als ich, aber wir müssen uns das natürlich anschauen, weil das seine Auswirkungen auf Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt hat. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich diese Themen weiterhin aufnehmen soll, sogar vielleicht detaillierter noch aufnehmen soll oder ob es so reicht, wie ich es gerade aktuell tue, einfach auf den neuesten Stand bringen und dann schauen wir weiter, was das für Auswirkungen hat. Gestern also die Rede von Putin, wo er die beiden Regionen der Separatisten als unabhängig anerkannt hat und heute beispielsweise auch nochmal das grüne Licht bekommen hat, dass er Truppen ins Ausland senden kann. Damit könnte er diesen ja unabhängig erklärten Gebieten auch helfen, militärisch helfen. Es hagelt jetzt von allen Seiten Sanktionen und das trifft natürlich Russland, aber auch die Länder, die die Sanktionen verhängen. Als Beispiel Deutschland mit Nord Stream 2. Auch wir haben natürlich negative Auswirkungen dadurch, was die Energiepreise angeht. Also Gewinner gibt es aktuell nicht wirklich, vor allem nicht wirtschaftlich. Und das haben wir auch dann gestern gesehen als Reaktion der Märkte. Bitcoin wurde abverkauft, die Futures bei den traditionellen Märkten wurden auch direkt abverkauft. Es ging also erstmal runter und ich glaube, es wird auch wieder alles sehr pessimistisch gesehen. Auch wenn sich natürlich die Lage jetzt nochmal weiter zugespitzt hat. Ich glaube, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass morgen der Krieg losgeht, wo alle Beteiligten dann auch involviert sind. Ich glaube, wenn das wirklich so kommen sollte, dann haben wir ganz andere Probleme als fallende Kurse, als Märkte, die jetzt unter Druck stehen. Aber das sei mal noch dahingestellt. Wir können im Endeffekt nicht in die Zukunft blicken, was am Ende des Tages passiert in dieser verrückten Welt. Wer weiß das schon. Die aktuelle Situation sieht aber grob zusammengefasst so aus. Ich weiß, im Detail kann man natürlich wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Thema sprechen, aber das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Es hat sich weiter zugespitzt und das hat man, wie gesagt, an den Märkten ganz klar gemerkt. Wie gefährlich es für einen Markt dann noch zusätzlich werden kann, schauen wir uns ja auch beispielsweise anhand des Leverage Ratios an. Also wie überhebelt oder nicht überhebelt sind die Märkte. Bei Bitcoin ist es ja eigentlich ganz einfach, anhand der On-Chain-Daten abzulesen. Man schaut sich an, wie viele offene Positionen sind gerade auf den Börsen vorhanden und teilt das Ganze mit den Bitcoin-Reserven. Das ist hier in blau dargestellt, das Leverage Ratio mit Bitcoin. Es ist jetzt hier weiter am steigen. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Das habe ich euch jetzt auch öfter schon erklärt. Zum einen, weil die Bestände mit Bitcoin oder von Bitcoin von den Börsen immer weiter runtergezogen werden, steigt diese Metrik sowieso. Und weil vor allem immer mehr Kontrakte mit Stablecoins beliebter werden. Also es werden immer mehr Positionen mit Stablecoins geöffnet, auch wenn man Bitcoin tradet und nicht mit Bitcoin selbst als Collateral. Und dadurch wird diese Metrik auch noch verwässert. Also ich glaube nicht, dass wir in der Realität so ein hohes Leverage Ratio aktuell haben. Das sieht man auch ziemlich gut an den Funding Rates auf den Future Börsen. Da haben wir jetzt nicht irgendwie einen überhebelten Markt, wo alle Long gerade gehen. Und das ist zur jetzigen Zeit auch keine große Überraschung. Was wir aber sehen an den traditionellen Märkten, da gibt es natürlich keine On-Chain-Daten, sondern hier das Margin Debt. Das ist die Metrik, womit man sich das Ganze anschaut. Wir waren da über 900 Milliarden US-Dollar und diese Kennzahl zeigt einmal nur auf, wie viele Kredite genommen werden, um US-Aktien zu kaufen. Und durch diesen hohen Leverage wäre die Gefahr natürlich da, dass diese Positionen auch in Gefahr sind, dass sie eingedeckt werden müssen. Ähnlich wie wir es dann auf dem Bitcoin-Markt sehen, wenn zu viele Long-Positionen mit großem Hebel gekauft werden und dann der Kurs runtergeht, müssen die eingedeckt werden. Und dann müssen diese Long-Positionen geschlossen werden. Und wie schließt man Long-Positionen? Indem man verkauft. Und das sorgt dann nochmal für einen zusätzlichen Verkaufsdruck, also einen Long-Squeeze, wenn man so möchte. Und wenn wir das mal historisch mal betrachten, Margin Debt und der S&P 500, da sehen wir auch, wie das sehr schön korreliert. Bei Bullenmärkten sehen wir dann diese Entwicklung natürlich noch stärker. Da werden noch mehr Kredite aufgenommen, um Aktien zu kaufen. Auf der Gegenseite natürlich dann das Argument, dass die Gefahr für einen ungesunden Markt da ist. Und das haben wir dann auch immer wieder gesehen, wo diese Hochs bei diesem Margin Debt gebildet worden sind. Dann irgendwann gab es dann auch diese größeren Korrekturen, wie beispielsweise bei der Dotcom-Blase oder 2008 bei der Finanzkrise. Und jetzt aktuell haben wir natürlich auch einen sehr hohen Wert, was das Margin Debt angeht. Jetzt wieder natürlich wieder auch ein bisschen Stück weit zurückgelaufen, dadurch, dass die Preise auch wieder zurückgelaufen sind. Auch im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt beispielsweise ist es auch immer noch ein sehr hoher Wert. Also isoliert betrachtet kritisieren auch einige Leute diese Metrik und sagen, ja, das hat gar nicht so eine große Aussagekraft. Aber auch im Vergleich zu anderen Metriken zeigt uns das sehr gut auf, dass wir wirklich auf einem sehr hohen Niveau sind. Aber was wichtig ist, weil das dann auch als Argument verwendet wird, dass es auf jeden Fall runtergehen muss, kann man sich mal die Vergangenheit auch nochmal anschauen. Wie viel Prozent ist denn das Ganze runtergegangen bei den Korrekturen? Jetzt aktuell hier im Januar zuletzt gemessen minus 8,8 Prozent runtergefallen Margin Debt. Beim Corona-Crash 12,1 Prozent runtergegangen. Bei der Euro-Krise 2011 10 Prozent runtergegangen. Und Finanzkrise beispielsweise hier 9 Prozent oder 18, 19 Prozent. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach unten, was das angeht. Aber auch da muss man jetzt natürlich keine Schwarzmalerei betreiben. Bei den US-Aktien, das ist ja wie gesagt eine Metrik aus den Staaten oder generell in der amerikanischen Gesellschaft, ist das sowieso gang und gäbe, dass man da Kredite aufnimmt. Also viel mehr als hier bei uns in Deutschland. Also da ist immer sowieso die Gefahr sehr groß, dass bei sinkenden Kursen sehr viele Leute dann Probleme bekommen. Hoffentlich kommen wir nicht zu so einem Szenario, wo viele dann liquidiert werden. Und dann hätten wir diesen Verkaufsdruck dann auch nicht. Aber das werden wir einfach weiter abwarten müssen und uns angucken müssen, wie das sich noch weiter fortführt. Vor allem auch mit den Kursen. Was interessant ist, da werden jetzt natürlich auch sehr viele Vergleiche gezogen. Wie gesagt, wir müssen uns anschauen, was machen die traditionellen Märkte, weil diese Korrelation mit Bitcoin und dem Kryptomarkt jetzt aktuell so hoch ist. Was passiert mit den traditionellen Märkten, mit dieser aktuellen Entwicklung? Hier sehen wir beispielsweise den Zeitpunkt, wo Iran in Kuwait einmarschiert ist in 1990. Und danach ist beispielsweise der DAX um 30 weitere Prozent runtergefallen. Der Ölpreis hat sich verdoppelt. Das heißt, wenn wir wirklich zu so einem Konflikt kommen, noch das Ganze weiter eskaliert und dann auch wirklich militärisch weiter eskaliert, dann brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum herumreden, dass die Märkte dann auf jeden Fall noch weiter crashen. Aber wie gesagt, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Und im Vergleich kann man das aber auch zu anderen Zeitpunkten sich mal anschauen. Wenn wir Invasionen uns mal angucken, wie zum Beispiel im Vietnamkrieg oder im Golfkrieg, sehen wir in vier von fünf Fällen, die hier dargestellt worden sind, dass die Invasion einen ziemlich guten Einkaufspunkt dargestellt hat. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich, wie gesagt, gewandelt, ob das jetzt wirklich eins zu eins genauso ablaufen muss. Ob es überhaupt zu so einer richtigen Invasion kommt, das werden wir, wie gesagt, abwarten müssen. Viel wichtiger ist, was passiert jetzt mit den Märkten? Was passiert beispielsweise mit Bitcoin? Was passiert mit Gold? Das haben wir jetzt in der letzten Zeit gesehen. Wir sehen beispielsweise, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold negativ geworden ist. Wir hatten eine sehr lange Zeit eine positive Korrelation zwischen Bitcoin und Gold. Gold ist ziemlich lange liegen geblieben, hat nicht mal das hoch erreicht, was wir 2020 gehabt haben. Und wir sehen jetzt ganz klar, dass in diesen unsicheren Zeiten, wo die Leute auch nicht wissen, wie die Situation jetzt hier ausgeht, eher in Gold reingehen. Also die traditionellen Investoren vor allem gehen hier in Gold rein. Wir sehen hier in Orange dargestellt, Gold geht hoch, Bitcoin fällt runter. Das, was eigentlich Bitcoin sein wollte, sein will, schafft gerade wieder Gold. Also dieses Argument digitales Gold, vor allem zu Krisenzeiten, zieht bei Bitcoin leider aktuell immer noch nicht. Das hatten wir auch beispielsweise 2020. Da wurde natürlich auch Gold abverkauft damals, weil wir einfach ein deflationäres Umfeld hatten. Aber zu solchen unsicheren Zeiten würde man sich natürlich wünschen, dass das Narrativ vom digitalen Gold hier auch Bestand haben würde. Hat es aber aktuell leider nicht. Und wenn wir uns mal die Narrativen mal näher anschauen, wie sich das gewandelt hat in der Zeit, ist das Positive am Bitcoin, dass es nicht nur ein Use Case hat, sondern verschiedene Use Cases. Dass man sich nicht nur auf ein Use Case hier konzentrieren muss, dass es nicht nur ein Use Case gibt und wenn der dann halt nicht klappt, dann ist alles gescheitert. Ich blende mich mal aus, dann seht ihr diese Grafik, die stammt aus 2018. Ich habe es damals sogar in meinen Videos mal aufgenommen gehabt, wie sich das Narrativ von Bitcoin oder die Narrativen von Bitcoin sich hier gewandelt haben. Damals, vor allem 2009, war es noch ein E-Cash Proof of Concept. Und ja, vor allem dann 2013, 2014 wurde es dann im Darknet hier verwendet. Hier das Graue. Irgendwann ist das auch zu Ende gegangen. Wir sehen jetzt nämlich das Graue aktuell wahrscheinlich noch geringer, als es schon 2018 der Fall war. Und hier in Gelb dargestellt natürlich zensurresistentes digitales Gold. Dieses Narrativ wurde immer größer geschrieben. Irgendwann kam dann auch noch 2014 hinzu, dass wir ein unkorreliertes Asset haben. Auch das muss jetzt in den letzten Monaten vor allem jetzt hier sehr stark weiter nach unten gegangen sein, das Narrativ. Also wir korrelieren ganz klar mit den traditionellen Märkten. Was ich euch aber hier mit an die Hand geben möchte, ist, dass halt Bitcoin nicht nur ein Use Case hat und nicht nur digitales Gold sein kann in Zukunft. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann so angesehen wird, vor allem auch dann in der breiten Masse. Aber wir sehen beispielsweise auch das Narrativ Cheap Payment Network. Also ich brauche es nicht. Ich nutze es nicht als Bezahlsystem. Jetzt aktuell, vielleicht kommt es noch irgendwann in Zukunft. Für mich wäre es eigentlich digitales Gold und es ist immer noch für mich digitales Gold. Das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Nur weil es jetzt für ein paar Wochen nicht gut läuft, über die Jahre hinweg, dadurch, dass Bitcoin ein hartes Asset ist, will es meiner Meinung nach weiter steigen. Und für mich persönlich ist es weiter digitales Gold. Für andere auf der anderen Seite der Welt ist es ein günstiges Bezahlsystem und die nutzen deswegen Bitcoin, nutzen deswegen vielleicht Lightning Network. Und das ist auf jeden Fall das Positive an Bitcoin, dass wir nicht abhängig sind von einem Narrativ. Wenn wir uns das zum Beispiel nochmal anschauen, auch auf dem Kryptomarkt, sehen wir dieses Interesse an Gold gerade jetzt steigen. Es gibt ja auch Stablecoins, die mit Gold gedeckt sind. Auch da sehen wir jetzt gerade eine erhöhte Nachfrage anhand des Volumens auf einem Rekordhoch. Und was ich euch jetzt nochmal in die Hand geben möchte, ist ganz wichtig, nochmal der Vergleich zwischen Bitcoin und Gold. Also wir haben viele Eigenschaften, die Gold hat, hat Bitcoin natürlich auch. Was ich mich dann aber frage ist, wenn man sich wirklich entscheiden möchte zwischen Bitcoin und Gold, warum bevorzugt man Gold? Natürlich hat es eine viel längere Historie, aber wenn man sich die Eigenschaften mal genauer anschaut, sieht man eigentlich ziemlich gut, dass Bitcoin eigentlich das bessere harte Asset ist. Ich kann es verstehen, wenn man zum Beispiel diversifizieren möchte und sagt, ich möchte Bitcoin und Gold besitzen. Das ist ganz legitim, glaube ich, aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute, Peter Schiff beispielsweise, der geht nur auf Gold und sagt, Gold ist das Wahre. Und jetzt, wo es in den letzten zwei Wochen läuft, fühlt er sich natürlich bestätigt und sagt, ja, schaut mal, ich habe es euch immer gesagt, Gold ist das Wahre. Vor allem in Krisenzeiten, da geht es hoch, guckt mal, Bitcoin geht nicht hoch. Aber sagen wir mal wirklich, der Dritte Weltkrieg kommt oder sowas. Wollt ihr mit Goldbarren im Gepäck durch die Welt dann, keine Ahnung, reisen oder ins Exil gehen? Oder es ist vielleicht ganz angenehm, wenn man einfach nur einen USB-Stick hat. Man kann das viel schneller teilen, man kann es viel einfacher teilen, man kann es viel schneller verschicken, viel einfacher nutzen etc. Also diese Vorteile von Bitcoin, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, es braucht einfach nur noch mehr Zeit, damit sich das noch weiter etabliert. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie die Hodler gerade aussehen, sehen wir auch, dass natürlich der Anteil der Hodler immer größer wird. Wir sind jetzt gerade auf einem Rekordhoch, wo 76,5% des Supplies mindestens 6 Monate gehalten worden sind. Und warten wir mal ab, wie es in den nächsten Jahren aussieht. Ich glaube, dieses Narrativ wird sich dann auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist jetzt die erste größere geopolitische Krise für Bitcoin, in diesem Ausmaß zumindest. Und das ist ja auch klar, wenn man, wie gesagt, sich mal den Goldchart anschaut. Ich gehe mal hier ein bisschen raus, also wie gesagt, das ist hier 2020 August, dann ist es natürlich auch nicht verwerflich, dass jetzt hier mal der Gold hier mal nachzieht. Und deswegen ist es halt wichtig, den Zeithorizont zu definieren. Also Peter Schiff sagt jetzt, schaut mal an, Gold ist einfach das bessere Investment. Aber wenn man sich dann ein anderes Zeithorizont mal hier reinlegt, wie beispielsweise mit 2020, wird man sich vielleicht fragen, ja, hat anscheinend doch nicht so geklappt. Also es kommt immer auf die Perspektive an, wenn man 15, 15, 20 Jahre halten möchte, ist meiner Meinung nach halt Bitcoin immer noch die bessere Wahl in einem digitalen Zeitalter, wo wir diese Vorzüge, die ich euch gerade gezeigt habe, auf jeden Fall haben. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, zu dieser aktuellen Situation, zu dem Narrativ von Bitcoin als digitales Gold. Dann noch eine News zu Cardano ADA. Da wurden ja endlich jetzt die Smart Contracts gelauncht. Es gibt eine dezentrale Börse und wir sehen auch, dass die Aktivität auf der Blockchain weiter steigt. Jetzt zum zweiten Mal ein Rekord gebrochen und mehr On-Chain-Transaktionsvolumen gehabt als Bitcoin und Ethereum in 24 Stunden. Jetzt zweimal passiert in dem letzten Monat. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen, dass auch wirklich endlich mal was passiert auf der Blockchain. Das ist natürlich jetzt nicht der günstigste Zeitpunkt für Cardano, weil der Markt abschmiert. Da kann sich ADA natürlich nicht gegen stemmen. Wichtig ist bei diesen Zahlen zu beachten, dass es hier von Messari sind die Zahlen, wie viel wirklich On-Chain passiert ist. Bei Cardano sind die Transaktionsgebühren sehr gering. Das heißt, wenn jemand das Ganze wollen würde, könnte er einfach mit sehr wenig Gebühren sehr viele Transaktionen ausführen, also mit einem sehr großen Volumen ausführen, wenn er das nötige Kapital auch hat, um genau diese Entwicklung aufzuzeigen, um einfach zu suggerieren, dass viel los ist. Deswegen muss man auch ganz klar in Betracht ziehen, dass das auch möglich ist, dass das jetzt hier kein Grund ist, jetzt all in Cardano ADA zu investieren und zu sagen, ja, wir haben jetzt hier mehr Aktivität als bei Bitcoin und Ethereum und deswegen geht das Ding jetzt hier hoch. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es da Fortschritte endlich gibt, nach jetzt inzwischen über oder fast vier Jahren, seitdem Cardano da draußen ist. Und das ist auf jeden Fall, ja, positiv. Und dann gibt es auch noch ein Update zu Ripple. Die haben ja einen Rechtsstreit gegen die SEC. Dort wird geprüft, ob der XRP-Token ein Wertpapier ist oder nicht. Und dort gibt es ja immer wieder neue Meldungen. Ich nehme die eigentlich gar nicht mehr auf, weil ich auch selber kein Jurist bin. Meist ist es eigentlich so, man hört es vor allem in den sozialen Netzwerken, wenn irgendwas passiert, ein Dokument muss rausgegeben werden, die eine oder die andere Seite feiert sich ab, jawohl, jetzt haben wir einen Teilerfolg, aber im Endeffekt weiß keiner, was das bedeutet, weil keiner Jurist ist. Und vor allem in diesem Bereich ist es wirklich sehr schwierig einzuschätzen, was da gerade überhaupt abgeht, was die Entwicklungen überhaupt bedeuten. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen kleinen Teilerfolg für Ripple, denn es wurden Dokumente zugelassen, die aus 2012 stammen. Dort wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt, um das Ganze mal zu überprüfen, sollen wir ein ICO machen oder nicht. Da wurde noch gesagt, besser kein ICO für den Newcoin, denn dann könnte es als Wertpapier eingestuft werden. Und jetzt gibt es halt diese Zitate, jeder kann klar erkennen, dass die Wertpapieraufsichtsbehörde acht Jahre lang gewartet hat, um zu entscheiden, dass sie nicht mit Perkins Coie übereinstimmt. Anschließend hat sie Tausende und Abertausende von XRP-Inhabern, die sie angeblich schützen, in diesem Prozess benachteiligt. Das sagt zumindest der CEO von Ripple. Und es ist ziemlich interessant, was da gerade abgeht, denn die SEC scheint zumindest so, als würden die ihre Strategie nochmal über Bord werfen, obwohl der Prozess ja wirklich auch schon lange geht. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die SEC sich nicht mehr so sicher ist, ob die das durchkriegen, was sie wollen. Und das wäre natürlich für den XRP-Token sehr gut, wenn das am Ende des Tages nicht als Wertpapier eingestuft wird. Was mache ich persönlich mit all diesen Informationen? Ich bekomme ja diese Frage oft, was ich von XRP, von Ripple etc. halte. Wie gesagt, ich bin kein Jurist und ich kann auf keinen Fall sagen, das wird so oder so ausgehen und ich glaube, ihr solltet auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr da draußen Sachen hört wie, ja man, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Ding gewonnen. XRP wird auf jeden Fall zum Mond gehen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich halte ganz wenig XRP. Ich glaube, es sind aktuell etwa 1% meines Portfolios. Aber es ist, wie gesagt, zu ungewiss, was da rauskommen kann. Und das hat natürlich auch weitreichende Folgen für den gesamten Markt und natürlich auch für Ripple selber. Aber wenn es als Wertpapier deklariert wird, dann hat XRP oder Ripple ein Problem und vor allem die Börsen ein Problem, weil wenn das wirklich so kommt, dann brauchen die Börsen eine Lizenz, um XRP anzubieten. Und dann wird, haben wir ja schon auch in der Vergangenheit gesehen, wie beispielsweise auf Coinbase, XRP einfach runtergenommen und dann haben die Leute keinen Zugang mehr zu XRP. Und das wäre auf jeden Fall negativ. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Es zieht sich jetzt schon sehr lange. Ich habe am Anfang noch öfter darüber berichtet, aber irgendwann war es dann auch irgendwie leid. Weil man am Ende des Tages nicht weiß, was am Ende des Tages passieren wird und wie der Kurs sich darauf auswirkt. Ich glaube, wenn man zum Beispiel den XRP zu Bitcoin-Kurs mal sich einfach anschaut, dann spricht der Chart auch schon Bände. Auch wenn natürlich das Potenzial bei einem Gewinn dieses Prozesses natürlich auch da ist. Kommen wir zum Update des Bitcoin-Charts. Wie gesagt, gestern Abend ging es dann nach der Rede von Putin steil bergab, auch bei den Futures auf den traditionellen Märkten. Ihr seht es hier in Gelb dargestellt. Dann kam aber auch dann die Gegenbewegung und jetzt wird wieder der S&P 500 abverkauft. Sieht nicht so gut aus. Bitcoin, das muss man aktuell meiner Meinung nach immer noch sagen, hält sich ziemlich gut. Wenn ihr das hier in Gelb mal euch anschaut, dann werdet ihr sehen, ich verschiebe das ein bisschen, dann seht ihr es, glaube ich, auch ein bisschen besser. Dann sehen wir, dass der S&P 500 noch mal sogar ein tieferes Tief gebildet hat. Da war Bitcoin beispielsweise bei 32.000, 33.000 US-Dollar und da sind wir noch gar nicht hingelaufen. Das heißt, der S&P 500 hat diese Gegenbewegung hier gebildet und hat das jetzt hier komplett noch mal abgebaut. Und Bitcoin halt nicht. Bitcoin hält sich eigentlich immer noch gut, muss man sagen, unter den jetzigen Bedingungen. Vielleicht doch noch bei einigen Leuten das digitale Gold. Was man aber jetzt aktuell auch noch festhalten kann, wir haben das Golden Pocket nach unten durchbrochen. Das war hier diese Zone, die hatten wir ja zuerst als Unterstützung noch gehalten. Dann kam, wie gesagt, diese neue Entwicklung, die gestern passiert ist und dann wurde es abverkauft. Ich habe im letzten Video auch euch gesagt, wichtig wird es sein, dieses Tief dann nicht nach unten zu unterbieten. Dann wäre dieser Trend, den wir seit dem 23. Januar haben, den wir hier nach oben gebildet haben, wo wir bis auf fast 46.000 US-Dollar hochgelaufen sind, dann wäre dieser Trend durchbrochen und das haben wir genau noch gehalten. Die Bullen waren noch stark genug. Wie gesagt, der S&P 500 ging noch weiter runter und die Bullen bei Bitcoin haben hier dieses Tief hier nicht noch weiter unterboten und hier weiter das Ganze erstmal noch intakt gehalten. Mal gucken, wie das Ganze noch hier weiter sich fortführt. Falls wir aber wirklich noch weiter runter gehen sollten, dann sehen wir auch anhand des Volume Profiles, dass das dann nochmal wirklich sehr blutig werden kann. Wenn wir nochmal diese 30.000 US-Dollar antesten, das habe ich euch ja auch schon öfter jetzt gesagt, dass so eine zweite Korrekturwelle meist noch stärker ausfällt, noch weiter runter geht und da sehen wir hier im Volume Profile auch, dass da wenig Volumen vorherrscht, weil wir hier in 2020 im Dezember sehr schnell hochgegangen sind. Da werden nicht so viele Unterstützungen vorherrschen, wie wir es hier in dieser Zone hatten. Da liegen viel mehr Order drin. Da sind viel mehr Order platziert und aus diesem Grund sollten wir im Idealfall hier nicht noch weitere Tiefs bilden. Ich bekomme die Frage immer wieder mit dem Volume Profile. Das findet ihr auf TradingView hier. VP, VR ist der Indikator für das Volume Profile, ist aber nur in der Pro-Version drin. Falls ihr TradingView nicht bezahlen möchtet, kann ich euch auf jeden Fall Atani empfehlen. Da habt ihr auch beispielsweise Steuerreports und könnt eure Börsen miteinander verbinden. Könntet hier über diese Plattform einfach alles abdecken, überall handeln, in Sekundenschnelle. Schaut euch das gerne an, wie gesagt, TradingView Premium komplett dann umsonst. Kostet eigentlich 60 Dollar im Monat. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und damit unterstütze ich auch natürlich mich. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir Mehrwert bieten. Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier dran geblieben bist. Vielen Dank für deine Zeit. Falls dir das hier gefallen hat, lass gerne noch einen Daumen nach oben da und abonniere auf jeden Fall noch den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.